Die Geist, sieg mir! Oh! Ich hab den Maas! Burek, hast du einen Namen von Exterminator? Ja, ich schreibe, ich schreibe. Okay, ich schreibe. 7-6. Ja, hallo. Hallo! Ich hab Maas bei mir in der Heim. Lege einen Fotograf. Ich bin der Bescheide. Ah, 6-7, nicht 7-6. Na! Hallo! Ja, hallo. Was? Ich hab ein Maas bei mir in der Heim. Na! Ich hauche es! Es ist ein Wetter. Wem komme ich jetzt? Eli, schnell! Ein Nummer für einen extra elektrischen Aste. 5-3, bin ich sicher? Okay, jetzt komme ich. Ich muss den E-Mode jetzt. Ich habe meine Arbeit in Feinamt. Lämmungs erledigen ein paar Pizza. K-U-S-H-E-R-M-I, das ist Kalfornia. Okay, das ist ein Kursher, okay? Das ist ein Kursher. Na. Ich weiß nicht, Kämme. Ich habe ein Numbers mehr mit dem Restaurant. der Haug oder? Oder der Haug? Eight, okay? Ich komme jetzt. Wir haben jetzt einen Teil von der Gruß, Father Nuzik. Entschuldigung, hier. Hallo. Ja, hallo. Mache, wir bestellen eine Pai Pizza. Ich darf zwei... Nee, Pai Pizza passt nicht. Passt nicht. Wie kommt die Passe? Mag ich die Tappe peinlich geriften? Was? Wir machen das? Ach, ich fühle mich das. Ich hab mein Telefon letztens. Ja, sag ich mal. Einmal vor allem. Du hast mal ein Restaurant, hast du? Ja, 855-855-2324. Okay, und jetzt kommt doch schon ja, du. Du hast mal ein Forum-Store, hast du? 855-855-2324. Und ein Gitter-Travel-Edge, darfst du auch dein Name? Ja, dann schreibst du doch. 855-855-2324. Was? Alles das selbe Name? Ja, das ist der Jewish411. Jewish411. Ich bin Textman oder Whatsappman. Wenn ich siehst, wusste ich noch nicht da. Ich ziehe es aus Simchersaal, Accountants, Music Studios, Fotografen, Lawyer, Beusters, Fleischgeschäft, Teurem, Schochten, und viele Therapisten, die beste Sache. Also, Transfaren dich auch. Anything Jiddisch, Heimisch, eins weiß man alles. The Jewish411. Ich muss einfach... Wie heißt das, The Jewish411? Wann ist es für mich zu suchen? Alles klar, was ich von Exterminator? Nee, wo schrappst du das? The Jewish411. 855-855-2324.